Hallo Leute und herzlich willkommen zum weiteren Part Escapes 2. Es hat ja doch länger gedauert aber ich denke in diesem Part werden wir endlich ausbrechen. Also ein weiteres mal natürlich und erstmal laufe ich in die falsche Richtung. Ja moin. Das ist doch immer ne gute Sache ne. Und ich denke ich nehme für den Sniper mit. Fragezeichen? Ausrufezeichen? Wobei ich lass den vielleicht weg. Vielleicht brauch ich den nicht. Also doch bin ich vielleicht eh geliefert. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Wo war das? Das war hier hoch ne. Ja genau. Gut. Dann einfach nach Südosten. Diesmal. So. Das ist nicht verdächtigt. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Einfach weg einfach. Einfach weg. Ja ja, verpisst euch einfach. Seid irrelevant, ihr seid irrelevant, ihr verpisst euch. So, geht euch. Jetzt darf ich hier durch. Jetzt geh ich hier. Oh shit. Das war knapp. Das hat funktioniert doch. Oh, weil ich... Wollte ich jetzt nicht Dings? Das... Oh, scheiße. Na. Das Problem ist, ich kann darauf jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich muss mich beeilen. Bevor euch Strom wieder angeht. Sonst hab ich ein großes Problem. Ich hätt's halt gemacht, selbst wenn er da gewesen wär. Jawoll, wir haben's geschafft, Leute. Aber ich brauch keine Atemmaske. Hm. Interessant. Ich liebe mein kleines rotes Kot. Ja, ich auch. Ah, gut. Hätt ich mir das mit der Atem ausgesparen können. Egal. Die sind ausgebrochen. Wie sieht der Rang aus? Wahrscheinlich beschissen. D-Rang, E-Rang, F-Rang. Was haben wir? E. Ah, okay. Ja, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wo es in ein neues Gefängnis gibt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.